Hallo und herzlich willkommen zu Overwatch Quick Play! Sombra, ich hab Bock auf Sombra! Und auf den Capture Point, äh ne wie heisst es, King of the Hill Maps, kann man Sombra schon noch gut gebrauchen oder? Nehm doch endlich mal was, ich brauche einen Tank, bitte einen Tank, tanky tank tank! Zuck, zuck, zuck! Zuck, haben wir das auch gehackt! Brrrr! Also ich nehm mal den Punkt ein, ne? Brrrr! Schade. Aber wenn ich halt einzig auf dem Punkt bin und so. Schade, ne? Da hat endlich gelieft. Es geht. Hat das schon immer so lange gedauert, bis man als AFK zählt und gekickt wird? So, geht doch. Äh, ne? Das, das, nehm auch ich nicht, so. Brrrr! I am claiming the objective. Claiming the objective. Brrrr! Haben wir das! Äh, ne? Ich gehe da mal rüber hier. Fünf Sekunden. Drei, zwei, eins. Dup, 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 dup. Ist nicht so extrem overexpandant. Weil hab ich da was gesehen? Äh, secure the objective. Meine Damen und Herren. Ist für manche ein bisschen schwer, ne? Defend the objective. Brrrr! Wollt mir das. Brrrr! 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 Play of the game. Das war ein bisschen, uff! Brrrr! Ist auch gehackt, du Limmel! Haha! Haha! Da ist ne Diva! Er kommt. Ich hab's wieder gehackt. Haha! Schön! Haha! Tja, Diva! Ich könnte das noch hacken. So! Ja, das ist ein bisschen zu. Also, ich mach das nicht gerne in diesem Raum. Weil die Kamera von der Seite angegriffen werden. Das ist ein Problem. Uppsala! Ich bin da mal weg, ne? Hä! He! Haken! Das! Komm schon! Ich treffe nicht! Ich hab noch ne Ulti! Ich möchte die noch einsetzen. Ach, Menno! Komm schon! Zipp! Schön. Also, das ist ein bisschen zu einfach. Das finde ich doof. Das ist doof. Das macht halt schon weniger Spaß. Wenn sie einfach keine Chance haben. Was habe ich hier? Nur Dreckgegner getroffen mit dem EMP? Oh, ist ja langweilig. Frag ich ja. Boop. Hi. Immer schön boopen als Sombra. Das nie vergessen. Boop, boop, boop. Zupp! Geh mal los, du! Du musst zuerst hacken, dann den Beacon schicken. Zack. Zack. Zack, zack. Haben wir das alles gehackt hier. Nice, du! Schnell einnehmen! Oh, Mann! Das ist zu viel! Ich muss weg hier! Oh, Mann! Sonsten wäre das nicht gut gekommen, ne? Sonsten wäre das nicht gut gekommen, ne? Ich habe Ulti! Ich habe Ulti! Was? Warum macht niemand was? Das ist... Ah, sie haben sie nicht mehr. Da bin ich ja an Hardcon dagegen sein. Sie haben es bemerkt. Hehehe. So. Äh, ich habe es nicht. Hörst auf! Oh, ciao! Mann! Ich bin ja weg! Ich bin durch Gotzeck! Check noch das kurz hier! Weil jetzt kann ich diesen hier... Wow! Oh, 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 oh! Ich überleb' das wirklich. Ich muss das da hinten noch hacken, merk' ich gerade. Immer schön draufballern. Wow! Komm schon! Töte dich! Geht doch. Geht doch. Watt! Ah man! Wie haben sie das denn geschafft jetzt? Das habe ich komplett nicht mitbekommen. Ah man! Aber sie haben den Punkt nicht. Irgendwie schaffen wir es, dass sie den Punkt nicht einnehmen. Kann ich noch nicht? Jetzt haben sie den Punkt. Äh ne! Ne, 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 ne. So. Checken wir das noch kurz. Huh? Schwer was? Ich muss weg hier! Verdammt. Das war kacke. Das Problem ist, es dauert zu lange. Äh, bis ich im Punkt bin ohne... Ding ins Kirchen. Oh ne. Wow, ich habe 2000 geheilt. So eine 1000. Willen wir jetzt das noch? Wirklich? Ich verkehrt, ich habe den Beacon wieder vergessen. Das ist so schlimm. Ich vergesse das fucking Beacon immer. Ja, sie haben noch ein bisschen ausgekontert. Schwer. Oder? Gut, eigentlich nicht so krass. Wir sind aber jetzt gerade ein bisschen schlecht gewesen. Das geht doch besser, meine Damen und Herren. Das geht besser! Ah! Aha, kein Tank. Das ist das, was wir brauchen. Genau. Kein Tank. Dafür Doppel Heal. Warum? Du kannst doch noch mehr throwen, oder? Na gut. 4. 3. 2. 1. Ground 3. Capture. Ei, ei, ei. Wart da nicht ein... Ich muss kurz... Zip. Zack, zack. Äh, ciao. Hack hier kurz was. Sie haben den Punkt natürlich eingenommen. Die sind alle low. Tup. Tup, tup. Tup. Schick mal kurz hier. Ach, war ein bisschen zu spät. Bisschen zu spät und da mein Team ja nichts draus macht, ist auch nicht so gut. Manchmal denke ich nur, belegen Leute überhaupt? Aha, Hanza, nice Genji, fuck. Äh, ne. Hi! Wuh! Schön. Komm schon! Tötet! 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 Geht doch! Ha, du bist gehackt! Oof! Down for the count. Wow! Hey! So. Kann ich das von da oben? Hehe. 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 Ich bin mal kurz weg hier. Hi Reaper! Wuhu! Ah man! Komm schon Tracer! Tötet! Natürlich nicht! Hat es verkackt! Ich kann auch nicht alles machen, ne. Alles geht nicht. Das Play of the game, ich würde es feiern. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Woah! Oh mein Gott! Ich komme! Nein! Nein! Oh man! Das ist so schade. Schade. Weil wir die erste Runde einfach... krass dominiert haben und dann einfach... Alles verkackt! Alles! Und darum habe ich das überlebt. Tracer hat es getötet. Schön, schön, schön. Vierzing. Hahaha. Schön. So. Aber... Ich denke, das war es dann für diesen Part. Hat lange genug gedauert, dieser Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann liken natürlich. Wenn es noch nichts getan hat, auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!